Hallo und Willkommen zurück bei Conan Exiles. Tja, ich war jetzt auch mal kurz was essen und der Sucht des Rauchens Frönen. Als ich zurückgekommen bin, war ich verhungert. Ich habe extra vorher noch voll gegessen und so weiter und so fort, aber hat nichts gebracht. Ich bin einfach immer verhungert, ich bin jetzt da wieder zurückgelaufen, aber leider sind jetzt diese NPCs weg, die guten. Ich war jetzt gerade drin, bin jetzt noch mehr ein Stück weg gelaufen, weil dann respawnen ja die Kollegen. Und es war immer noch nichts drin. Aber jetzt war ich noch mal weg, jetzt gehen wir noch mal rein und schauen mal was passendes finden. Packen wir unser Pferd. Pferd für Pferd. Und schauen wir, dass wir das da irgendwo packen können. Das ist alles gesperrt. Also da kann ich anscheinend keine roten Schmerzen sein, weil ich kann da auch kein Pferd hinstellen. Das geht nur da. So, jetzt schauen wir, ob da wieder neben drin sind. Mir stinkt das so, dass ich jetzt da essen gegangen bin. Weil ich mir denke, die locken mich nicht aus, aber wenn ich mich auslocken, sind sie weg. Ja, wenn du verrickst und am anderen Ende der Map auftauchst, sind sie auch weg. Lassen wir mal zwei. Ist auch nix. Schmied eins, Schmied zwei. Nein. Weißt du, du bist der Krieger. Bogenschütze halt. Brauchen wir momentan nicht. Ich möchte meine Bänke besetzen und meine Talmann nehmt. Den Priester. Aber jetzt da bis dahin durchmetzeln für den einen Priester. Ich weiß es ja nicht. Was haben wir denn da unten noch? Und Koch, Level 1. Das ist jetzt auch nicht unbedingt wert. Mein Gott, weil ich ja da jetzt sterben muss. 1, 1, 1, 1. Das ist alles so unnütz. Schmied eins. Schmied eins. Ich glaube, ich reite noch mal Furt und reite noch mal her. Echt lästig. Verdammte Naht. Damit ich mich rechne, da ich so schnell verhungere. Na ja. Ich schneide das mal schnell raus. Ich laufe jetzt ein Stückchen weg und komme dann wieder her. Sehen wir uns gleich wieder. Und jetzt hier. Und jetzt. Und jetzt. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Okay, Gaul. Wo ist denn jetzt? Jetzt haben wir Franz wieder vergessen. So, da war es mal wieder. Jetzt lassen wir was Gutes drin sein. Na, 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 nein, nein. Also wie schon gesagt, für den Priester reiß ich jetzt da nicht den ganzen Krug an mich. Oh, Koch 3. Da muss ich auch da komplett drüben. 1 zu 2. Jetzt sind wir mal. Ah, da haben wir einen Klingenschmied. Den halten wir uns jetzt. Aber müssen wir weiter weg, müssen wir da oben anfangen. So, das hilft nichts. Ich hoffe, dass der nicht da wieder weg ist. Wenn ich den jetzt anschaue, werden die alle sauer, oder? Ja. Jetzt muss man da ein Stück viel Spudels auch nehmen. Wer bist du? Hallo? Hallo? Bogenschütze. Mann, du Hundepfeil. Ah, Hundepfeil. Ah, Hundepfeil. Nein, jetzt ohne die Keule wieder nicht rausgerüst. Die Betäubungskeule. Zurück. Oh, ich bin da. 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 Genau, konzentriert auf dem Front, nicht sorgst du für ihn, ah, das würde ich jetzt für Schock, hier. Die Alma. Jetzt ein Hack schnitzelt. Sehr gut, Franz, das hast du ganz gut gemacht. So eine Tugnefrau, kommst du jetzt einmal mit. Ich hoffe, die Fessel halt bis heim. Franz, komm, wir reiten heim. Ei, ei, ei. Jetzt ist er fast noch kleiner. Nudel. Aber jetzt haben wir mal die. Mal schauen, wie sich die entwickelt. Ich weiß nicht, ob es die gut ist oder nicht gut, kennt die ja noch euch. Wenn ja, schreibt sie in die Kommentare, ob die gut ist oder nicht. Wenn wir da einen Klipsgriff gemacht haben, ob das eher schund ist, was wir da jetzt mit machen. Ich werde das jetzt mit dem Schneelaufmauer lassen. Okay, wir sehen uns dann in der Pace. Okay. Ich werde das jetzt mit dem Schneelauf her. Vielen Dank. Okay. Hm. Hm? Okay. 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 So. Endlich sind wir wieder da. Wir sind gerade nicht ums Eck. Ich meine die jetzt relativ mittig gebaut, aber das scheint mir doch nicht so. So, jetzt ab mit unserer neuen Mitarbeiterin ins Trainee-Büro. Oh, da ist schon der Rüstungsmacher ist fertig. Nehmen wir uns gleich mal mit und schon ist es auch fertig. Nehmen wir uns auch mit. Okay. Oh, lasst mich raus. Und jetzt wird es schön wieder laufen. Und du? Na ja. Geh mit. Dann müssen wir reparieren. Dann haben wir wieder neue Mitarbeiter rekrutieren können. Überzeugerknüppel. So, Pferd. Geh mit. Gib mir mal was ich dir gegeben habe. Ja. Kannst du jetzt mal da warten. So, Franz. Franz. Naja. Ich stehe wirklich weit weg, der Franz. So, was haben wir jetzt da? unseren Rüstungsmacher. Der muss in die Rüstungsmacher rein. An den Rüstungsmachertisch. So, jetzt haben wir da nämlich so eine Sachen drin. Schau. Ich meine, das ist jetzt da nichts Aufregendes. Leichte Rüstung. So ist es die leichte Rüstung. Aber halt. Na ja. Die Liederschütze z.B. können wir machen lassen für unsere Handwerker. So sind Priester können wir auch starten. Tänzer können wir auch starten. Na ja. Besser wie nix. Sollen wir vielleicht für unseren Franz. Vielleicht schwere Rüstungen anfertigen. Bei ihm ist es ja wurscht. Na ja. Schauen wir mal. Dann haben wir jetzt die wieder rein. Die tun wir dabei mit da rein. Genau. So. So. Dann geben wir es wieder da ab. Bogen schützen stellen wir noch auf. Haben wir ja leider verloren letztes Mal. Haben wir da ein Nein. Nein. Ein verbogen. Und das da ja. Dann müssen wir bloß mit Rüstungen ausstatten dann geht das schon. So. Dann haben wir für eine Runde. Nix. Komposthafen habe ich gebaut. Müssen wir auch noch aufstellen. Jetzt gehen wir dann nach oben. an einem Schlau runter... Das kann doch auch mal ganz schnell aufhören. Nichts, ich weiß gar nicht. Denn wir lassen sehr viel ause of cha lemon. Schaut mich direkt, aufhören. Söger sind wieder dann mit! Ich soll nicht mal ganz tief in meinem소득 machbar. Wir helfen bei einem. Das gehört in die Vierkisten und wieder zurück. Öl. Na. Hier habe ich eigentlich gewohnt, aber nein. Das ist das, das ist das. Zack, zack. Da gehen wir nichts mehr. Ah, da wo wir die Pistole rein können. Pistole. Prost da. Rein da. Dann werden wir ein paar fertig. So. Jetzt müssen wir alle wieder zusammen. Ja, 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 ja. Und das passt, das passt, das passt. Du hast noch was zu tun. Das ist fertig, weil... Weiter mal. Du hast kein Holz mehr. Okay. Also jetzt muss ich dann auf jeden Fall wieder einen Haufen formen. Weil ich habe nämlich etwas spezielles vor. Ich weiß nicht, ob ich in der Staffel jetzt mache. Oder in der nächsten. Apropos, ich wollte schon ab der Franz noch was. Franz? Hast du noch was in deinem Rucksack gehen? Na, guck. Nur eins. Gott. Ich möchte ja eigentlich dort Renten bauen. Auf dem Plateau. Das war ja mein Ziel. Entweder ich fange das jetzt zwischen die Folgen, wenn ich Material sammle schon an, dass ich da oben ein Sieb pflastert. Schon langsam, aber sicher. Und wir dann irgendwann umziehen. Oder wir machen es, wenn wir neu anfangen müssen. Wegen dem neuen Update 3.0. Und dem Add-on Zauberei da. Vielleicht sind wir dann da oben. Ich weiß es auch nicht. Segen wir schon. Wenn ich da oben wohne, werde da keiner mehr wohnen. Weil die Netzbahnen, wenn ich da oben noch oben bin. Aber das ist mir dann relativ egal. Mal schauen, wenn wir da einen Aufweg basteln. Aufzug oder eine Rampe. Mal schauen, wenn wir das da machen. Ja. So, die laufen da noch im Kreis. Oder ist da schon wieder irgendeiner fertig? Nein. Träger und den Neumschutz sind brauche ich auch noch. Da ist auch nichts mehr erinnert. Warum läuft das nicht durch da? So eine Stücke hätte es jetzt auch noch durchlaufen lassen können. Nein, 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 nein. Ich weiß nicht. Ich glaube auch immer, dass das gleich wird. Da die Fläche jetzt, wo ich das positioniert habe. Und das ist bloß da hingegangen. Auf der ganzen Fläche. Nur da. Da habe ich die Fundamente ein bisschen runtergezogen. Dass es ja stabil steht. Aber interessiert mich nicht. Ich habe das nur da bauen können. Ich meine, ich wollte meinen Pferch und so auch da oben bauen. Aber ist nicht gegangen. So, was haben wir jetzt da? Das ist leicht. Das ist mittler. Eins, zwei, drei. Hier. Jetzt kommt jetzt mal ein neuer Bogenschützer. Da haben wir ja Rüstung. Da er zumindest was auch hat. Da haben wir ja Rüstung. Da ist ja noch ein neuer Bogenschützer. Da ist ja noch ein neuer Bogenschützer. Ja, das ist ja noch ein neuer Bogenschützer. Da ist ja noch ein neuer Bogenschützer. So. Da müssen wir jetzt rein tun. Pflanzenfaser und Gummifleisch. Knochenmehl. Knochenmehl zum Saufruhen. Kann mich vielleicht schon wehre. So, warum wir da zwei Schwert am Rücken angezeigt werden. Ich weiß es nicht. Äh, Knochen. Nein. Knochen. Nein. Knochen. Bauen wir erst da die tausend Stück. Bauen wir da rein die tausend Stück. Genau. Der haut das jetzt da durch. Und der muss da tausend Fasern aussahen. Und da noch mal 500. So. Aber dann über die anderen bohren auch noch gleich mit. Naja, du bist überlastet. Ich weiß, ich weiß. Das will in der Arbeit. Bin ich mir überlastet. So. Aus dem mal durch. Nehmen wir da schon mal die Kammelsaue mit, die wir da haben. Da ist noch was drin. Ich habe auch gerade genügend. So viel Fleisch, das rottet weg wie nix. Jetzt gehen wir hinten alles durchgehoben. Da gehen wir jetzt glaube ich nicht ganz so schnell. So. Jetzt sind wir da 500 Fasern ein. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. 500. Nein. Nein. Du, Franz. Du wirst das nicht umwandeln, oder? So. Jetzt gehen uns dann bloß das Knochenmüll ab. Schaut's mit dir genau aus. Sie läuft. Sie läuft, die läuft. Mist. Ja, Mist halt. Geh. Jetzt haben wir den Honig. Honigdachs wäre noch so ein cooles Viech, wenn es das geben würde, also ein Kampfbestier, so ein Honigdachs an sich, so, ja, ich weiß nicht, ob wir den Gruppetil-Chief noch mal machen sollen. Ich habe so einen Mod drauf für bessere Gefährten, also dass ich mehr mitnehmen kann. Ich glaube, das geht über das da, genau. Null von drei, also da könnte ich drei mitnehmen, insgesamt. Aber ich weiß nicht, ob es irgendwie wird schicken, oder? Gehen wir hier, Franz. Ich habe gesagt, noch einen Standard, aber nicht mehr wahr. Nicht mehr als Pferd. Gehen wir jetzt formen, also ich gehe formen, eher nicht. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge, würde ich sagen. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr denkt. Und sollen wir neu anfangen mit dem Update, oder sollen wir da weiterspielen? Deswegen werden wir sowieso schauen, ob es geht, aber wenn es geht, können wir da weiterspielen oder eben neu anfangen. Dann können wir uns vielleicht ein neuer Bauplatz suchen, oder wir ziehen mal um. Wir haben auf jeden Fall mit dem Plateau anschauen, ob das irgendwas ist für uns, oder nicht. Auf jeden Fall ist es ein riesiger Bauplatz, glaube ich. Der, was quasi im Endeffekt uneinnehmbar ist, egal, was die Purchs uns da schickt. Ja, dann lasst bitte ein Like da, oder Kommentare, wäre auch super. Wie gesagt, denke ich, Tipps, Kommentare, was ihr so denkt. Haben wir einfach umgezogen, oder haben wir neu anfangen, oder? Keine Ahnung, was? Ich habe jetzt davon, gell? Also, Like, Daumen, ein Däumchen wäre ein Träumchen, wie der Robert immer sagt. Kommentar wäre natürlich auch wunderbar. Und ein Abo wäre natürlich noch viel besser. Verzeiht es an jedem, was es uns gibt. Teilt es uns, liked es uns, verbreitet es uns. Dann, bis zum nächsten Mal. Danke. Servus. diseases. Inn breat. In das Ganze. Jetzt, ganz alles. bubbles. Schl,-uß, navigas Uhr. Vielen Dank.